Oje, Dani! Hallo, mein lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Far Cry Teil 6. So, wir reden jetzt mal mit... Ähm, warte mal. Die ist jetzt hier, ne? Dani, hast du einen Moment? Wie wir gewinnen? Aber immer doch. Ich konnte dir noch gar nicht dafür danken, dass du mein Leben gerettet hast. Du und Camila hättet mich zum Sterben zurücklassen können, aber das habt ihr nicht. Gracias. Vater Pietro aus Verdera hat sich gemeldet. Er hat die Machete von Papa. Sie ist alles, was von ihm geblieben ist. Ich will sie zurückholen, aber ich bin nicht in der Verfassung. Papa ist meinetwegen tot, und ich kann noch nicht einmal das für ihn tun. Der Priester erwartet dich, Dani. Bitte geh zu ihm. Gracias, Dani. Gracias. Nur wegen so einer blöden Machete? Echt jetzt? So. Aber mal gucken. Hier können wir wieder schnell Reise machen. Clara, wir sind direkt in eine Falle getappt. Carlos ist tot und seinem Sohn Alejandro ist ziemlich dreckig. Dani, du darfst diese Familie nicht zerbrechen lassen. Wir brauchen die Monteiros nicht nur, um José dran zu kriegen. Wir brauchen sie, um Esperanza einzunehmen und seinen Onkel Anton zu stürzen. Na, sind wir da nicht so sicher. So, wo ist denn jetzt der Priester? Na, da ist er ja. Wir brauchen die Leiden zu sehen, lieber Gott. Bitte. Kann ich dir helfen? Sind Sie Padre Pietro? Sie. Alejandro sagte, dass du kommen würdest. Ich erinnere mich noch, wie ich Carlos mit seiner Frau vermiert habe. Lang ist's her. Es tut mir leid. Die Machete ist weg. Was? Was ist passiert? Verfluchte Soldados. Wahrscheinlich sind sie in ihrer Lieblingskneipe, La Raja. Ich markiere sie auf deiner Karte. Gracias, Padre. Das ganze Chaos tut mir leid. Ich liebe die ganze Zeit, ich rede, dass du deinem Mann das Licht zeigst. Bitte pass auf uns auf. Führe uns aus diesem fünsteren Tag. Okay, okay. So, aber warte mal. Der eine Panzer hat ja oben auf den Turm geschossen. Da ist ein dickes fettes Loch jetzt drin, ja. So, wo ist denn jetzt hier nun diese merkwürdige... Ach, da ganz hinten? Ach, du grüner Neuer. Da, da muss ich jetzt per Zuf... Oh, nee. Schnellreise kann ich da hin machen. Ey, nicht so ein Gefehlston, ja? Was ist? Ich wollte nur sagen, ich weiß, dass es vielleicht schwer ist, mir zu vertrauen. Im Lager gibt es eine Menge neuer Gesichter. Ist schon okay. Ja, nicht jeder kann vergeben wie du. Es steht mir nicht zu zu vergeben, Kandro. Du tust dein Bestes. Mehr kann ich von niemandem erwarten. Alejandro, wie geht's dir? Gut, denke ich. Hast du die Machete? Noch nicht. Sie war nicht in der Kirche. Cojones? Wo könnte sie sonst sein? Mach dir keinen Kopf. Ich kümmere mich darum, mi hermano. So, jetzt looten wir hier erstmal. Nee, Werkwagen würde ich nicht benutzen. Ich will hier Lug haben. So, was ist denn jetzt für mich? Ich habe eine Flugabwehranlage auf deiner Karte markiert. Du weißt, was zu tun ist. Muchas gracias. Gut, die Flugabwehr-Dinger kriege ich ja mit meinem Supremo-Platt. So, hier ist noch eine, hier ist eine. Muss ich mich auch noch mal immer drum kümmern. So, jetzt holen wir erstmal die Machete wieder. Ob das Ding so wichtig wäre. Ähm, ja, wollen wir erstmal... Tag auch. Ähm, warte mal. Gehen wir mal den Weg hier und dann mal gucken, wo uns das hinführt. Gehen wir mal den Weg, wo uns das hinführt. Ja, alles klar, da unten sind sie also. So, warte mal. Saniereneinsatz. Da ist ein Flammenwerfer. Da ist ein Sniper, da ist ein Flammy, da ist ein Raketos, Stinkswurms, Typie. Okay, da muss ich mal gucken. Nehmen wir mal mit den Flammenwerfer kann ich jetzt hier nichts anfangen. Ja, okay, gut, mal sehen. Dann probiere ich jetzt einfach mal. Ja, ne, das wird nichts. 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 Ähm. Ähm. Das wird nichts. Da kann ich nicht mehr. Okay, gut. Das muss die Wahrheit sein. so war doch mal ich kann doch jetzt eigentlich auch mal statt das ding das macht ja viel zu viel lärm dann hier sagen wir mal den bogen der ist wenigstens deswegen ist es leiser der steht immer irgendwie ja jetzt endlich von hier aus kann ich ihn jetzt mal vielleicht erwischen cool alle eintreffer und gleich weggeputzten geil woher haben sie jetzt gemerkt dass ich hier bin woher ja ach so ich dachte gerade die schießt auf mich okay ich bringe dich nach hause alejandro ich hab sie die machete deines vaters sollte eine montero gehören und das wird sie auch gut gut also die karte habe ich aber nicht hochgejagt hier die beiden hier das war ich aber nicht okay dann warum kann ich jetzt keine schnellreise machen du kannst dich zur schnellreise kannst nicht per schnellere zum ort einer aktiven mission reisen soll es jetzt etwa heißen dass ich jetzt zu fuß laufen muss da hier kann ich schnellreise hin machen ja okay gut aber wenn ich schon mal hier bin dann kümmere mich auch gleich um das flugabwehr geschützt das ist mir jetzt auch egal das ist egal ist eh nur 400 meter darf man hier mal den ausrufezeichen will da noch irgendetwas von mir oder wird gerade einer zu fleisch von wölfen oder puma oder stück von mir von mir von mir von mir von mir Vorsicht, noch Katsche! Was gibt's? Danke sehr. Okay, gut. Hat man eine so eine Affangmission gespielt, hat man sie gut normale gespielt, aber ist egal. So, warte mal. Komme ich jetzt hier überhaupt dorthin? Ja, doch irgendwie ja. Oh. Hä? So. So. Spezialeinheiten. War ja klar. So. Das hätten wir so auch erledigt. So. 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 Wer hat mich da jetzt angegriffen? So. 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 Okay, die Flugabwehranlage. So, die Flugabwehranlage ist von der Karte ausradiert, wunderbar, wunderbar. So, wer hat denn da jetzt auf mich geschossen, oder wer fließt denn da? Oh, Uran, kann ich immer gebrauchen. So, wer schießt denn da jetzt auf wen und warum, wieso, was, halt, was geht hier ab? Au. Selbst schuld. Oh, scheiße, ein Panzer. Oh, ganz schnell weg hier. Oh. Ne, mit dem Panzer komme ich nicht klar. So, die kriege ich nicht klein. Nepp, 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 nepp. So, kann ich denn jetzt hier... Immer noch nicht. Gut. Aber ich kann schnell reise hier hin machen. Hola, ich will mit dir reden. Sag mir, was du weißt. Ein paar Bauern waren bei uns im Lager, weil die Armee eine Flugabwehranlage auf ihrem Land gebaut hat. Ich hab sie dir auf der Karte markiert. Danke dir. Oh, noch eine. So, boah. Ach, hier oben. Na, ne, da geh ich jetzt nicht hin. Ich muss auch gleich den Außenposten und das hier überall alles einnehmen. Oh, kann ich jetzt... Warum kann man denn jetzt von hier aus eine Schnellreise machen, ne? Das ist doch Blödsinn, das ist doch. Ganz ehrlich gesagt, das Spiel hat man sich, glaube ich, auch schenken können, ne? Hey. Hey. Hi. Oh, und jetzt ist er tot. Hat er Pfecht gehabt, ne? Gut, da muss ich jetzt immer zu Fuß hinrennen, dann. Oh, was sie ausschwärmen. Oh, ich glaube, ich hab das grad jetzt wieder so platt gemacht, ne? Ach ja, scheiße. Na ja, okay, gut. Boah. Ich hab mir Bock für score, aber egal. Ist aufgeschissen. Warte mal. Egal. 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 Nein! Nein! Home, sweet home! Oh, yeah, Danny! Defendiendo a su gente con su valor Y sin dar ni un paso atrás No llores porque Carlos Montero partió Con ideas de libertad Y aunque no esté con nosotros Siempre lo vamos a recordar Su siembra No llores No llores Ja, ich hatte jetzt eine Mission nicht aufgenommen Esbada Er ist dein Bruder Ja, nicht deiner Wie geht's dem Bein? Ich kannte deinen Vater nicht, aber meine Familie arbeitet seit 50 Jahren auf diesem Land Ich habe Infos zu General Jose Ich gebe dir seine Tenientes Por favor Ihr braucht neue Uniform, Kompais Ich habe eine Mission gespielt, die ich nicht aufgenommen habe Wo man dann den Bruder Eben halt rettet Und der hat dann gesagt, dass er An Castillo glaubt Und auch an dieses Viviru-Kram glaubt Und alles und bla 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 So So Treff dich mit Nee, Bambi will ich nicht Ich will jetzt So, warte mal So So Fertig Ich will jetzt erstmal Alles in dieser Region hier spielen Was es hier gibt Und wenn ich hier komplett durch bin Dann geh zur Niezen weiter So Aber ich bende jetzt hier erstmal den Nein, ich will keinen Hakenkampf Ich will keinen Hakenkampf Wie scheiße du bist So Also Ich bende jetzt hier den Part Ich bedanke mich für's Zuschauen Wenn es gefallen hat, doch ein Abo Und seid das nächste Mal wieder dabei Bye bye